Herzlich Willkommen zu einem Video, das ich jetzt zum zweiten Mal aufnehme. Hi. Willkommen, ich lebe noch. Hi. Willkommen zu einem Video of Together Alone. Ja, ich kann ein bisschen reden mit euch, warum meine Videos... Halbes Jahr lang nicht mehr. Es tut mir leid. Ich hatte andere Projekte, die ich aber auch nicht gemacht habe. Sagen wir so, ich hatte andere Projekte, wo ich auch zuvor war, die zu machen. Die Leute wissen, was ich meine, die mit mir was zu tun hatten. Ich hatte MCKO, ich hatte Best-Offs. MCKO habe ich erst Januar bis Februar fertig gemacht. Ja, Anfang Februar. Anfang Januar bis Anfang Februar habe ich darin gesessen und Best-Offs sitze ich schon. Monaten dran, weil Designer TV seine Parts nicht hochnäht, um zu schneiden. Ich habe da nichts und ich schneide noch andere Projekte. Ich bin gerade an drei Best-Offs dran. Einmal von Yves Zockt. Dann ein Projekt, was vor kurzem losging. Ja, jetzt. Wenn Yves Zockt guckt, weiß jeder. Dann Designer TV, ein anderes Projekt von ihm. Und halt das Dissorting von Yves Zockt und seine TV. Ähm, ich bin aber ein anderes Projekt dran noch, was ich drüber aufnehme. Was ich pro Zitur wie seit ein halbes Jahr machen. Das ist aber auch meine Schuld. Hm, gar nicht Tobi. Ist es meine Schuld, warum es nicht kam? Aber Tobi ist derjenige, der das nächste aufnehmen musste. So, aber egal. Äh, Projekte. Ne, es war ein anderes Thema. Ähm, Together Hello. Der Name Together Hello. Dieser Kanal betreibe, wollte ich anfangs mit einem Schulfreund anfangen. Und, äh, das war am Anfang auch mit einem Schulfreund. Am Ende, war, vier Wochen später hat er aufgehört, weil er nicht hingekriegt hat. Er wollte letztes Jahr das 1. April anfangen, weil er einen neuen PC bekommen hat. Anscheinend bekommt er jetzt wieder einen Laptop. Ich weiß es nicht, dass bei ihm aussieht. Deswegen, äh, überlege ich mir diesen Kanalnamen hier zu ändern, weil Together Alone ist der, na, im allgemeinen Namen. Und er kann man nicht, weil, ich bin auf Twitch zum Beispiel nicht Together Alone. Auf Discord bin ich auch nicht Together Alone. Auf, ja, okay, auf mein Discord heißt ich Together Alone, aber mag den Together Alone. Und, aber, ich erinnere mich zu Together Mal, weil, ja, so heiße ich überall zur Zeit. Und, das ist mein Name, äh, ja. Am 1. März, äh, kommt ein etwas größeres Projekt. Kann ich, ich mach hier keinen Teaser, ähm, am 1. Am 1. soll eine Ankündigung geben, eine Woche später, am 7. nur 8. soll, äh, äh, Fehler geben, aber, äh, alle weiteren Infos, Ankündigung, mach ich, Regelwerke und alles Kram. Und dann werde ich Vorstellungen machen und der Anfang, wann es beginnt, für alle, bedeutet, ja, es wird ein größeres Projekt sein mit wahrscheinlich mehreren YouTubern, ähm, Streamern. Ich guck mal, ob ich Streamern damit reinbauen könnte. Aber es wird ja Pokémon sein, äh, und ich werde selber daran nicht teilnehmen, aber ich werde dazu, wie gesagt, News machen. Ehh, mal gucken, wie ich's machen werde. Ich hab gestern die Idee gehabt, weil ich ein Video von jemandem gesehen habe, Grüße geht an den Tent LP oder Christian, äh, wenn der das sieht, was ich nicht denke, weil er mit mir guckt und es ist ja einfach nur unter dem, zu sein, mit meinem privaten Content, unter seinen Kommentaren geschrieben habe, und gesagt habe, meine Meinung gegagt habe über den anderen Typen, ja, egal, ich hab ein bisschen aus Design-Idee, irgendwie so genommen was und ein bisschen, ein bisschen verfeinert. Ich weiß nicht mal, wie sein Regelwerk war. Ich weiß nur, was ich jetzt machen will und werde. Äh, das wird cool, denke ich mal, weil, das ist so ein kleines Battle, man könnte sogar was finden. Ich überlege mir wirklich eine, äh, Nintendo eShop-Karte oder eine Passive-Karte, äh, gewinnen lassen, äh, halt irgendwas Geldmäßiges oder irgendwas Cooles und auch halt ein Videospiel, wenn, äh, aus dem Campus unter 60 Euro kostet, oder was ich machen werde. Ja, wenn ihr zum Beispiel jemanden in der Portita gewinnen würde, oder Alex, aber Alex will nicht mitmachen, aber wenn ich gewinnen würde, würde es nicht scheißig an sein, aber er gewinnt. Ich überlege mir, ob ich irgendeinen Gewinn-Pack machen werde. Was ist eigentlich? Ich wollte eigentlich sagen, yo, ich lebe und, äh, März beginnt es wirklich richtig abzugehen, äh, mit Projekten, äh, am 12. Ich versuche am 12. zu streamen. Ich werde davon einen Test-Stream machen, aber, äh, Test-Stream. Ja, einen Test-Stream davon machen, ob mein PC klappt, weil ich habe PC-Problem. Ich habe wirklich ein Prozess, PC-Problem, und deswegen muss ich hier dieses Video schnell machen, bevor das wieder abstürzt, weil beim PC gerne mal nach, äh, 10 Minuten mal gerne einfach abschmiert, einfach Black-Screen, kein Blu-Screen, kein White-Screen, kein Black-Screen, einfach ausgehen, ja, okay, aber ein bisschen ein bisschen Black, aber, fahrts, weil es aus ist, aber, wenn Sie denken, so, yo, Bro, kein Bock mehr, äh, ich weiß wahrscheinlich auch, woran es liegt, wegen Treibern, äh, wer vielleicht Tipps hat, warum mein PC einfach random, einfach ausgeht, der könnte mir das gerne reinschreiben, ich bin selber gerade dran, ich bin halt, Software halt, ich denke jetzt nicht, meine Hardware ist kaputt, hoffe, das ist aber, ich denke mal, meine Software, irgendwas, weil gestern hatte ich nicht zu krasse Probleme, heute habe ich krasse Probleme, weil ich hier einen bestimmten Treiber geupdatet habe, und jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Probleme, ich denke mal, wenn ich hier alles geupdatet habe, mache ich hier gar keine Probleme, habe ich die Hoffnung, und ich kann dann streamen, und wenn ich streamen kann, ja, da muss ich was erzählen, ich denke mal, da wollten wir nicht eine Ankündigung machen, am 6. gibt es einen, nee, am 6. kann ich nicht, am 7. 08. gibt es einen Stream von mir, wahrscheinlich mit Pocotobi, mal gucken, jetzt streamt er ja eigentlich auch, er streamt ja alle Tage aus der Mutter bin, Donnerstag, und vielleicht streamt ich auch am Donnerstag, ich kann ja auch am Donnerstag, ich bin ziemlich spät, um 18, 19 Uhr, wahrscheinlich mit Pocotobi dann, oder Night, oder Brotty, mal gucken, war Alex, mal gucken, ja, haut rein, Leute, hab ich gerne, lass, kein Like da, lass mir lieber ein Dislike da, aber ein Abonnement, sehr schön, und ihr könnt jetzt noch gerne reinschreiben, wie ich, wie scheiße ich bin in den Kommentaren, für einen Algorithmus, irgendwas einfach in die Kommis schreiben, oder schreibt einfach gar nichts rein, Like nicht, ist Like nicht, abonniert nicht, überabonniert, am besten abonniert, dass ihr Sonntag nicht verpasst, was kommt, das kann ich schon mal sagen, abonnieren sollte man trotzdem, ich finde scheiße, aber, und fett, und, halt, trotzdem sollte man, abonnieren, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, ciao.